Ich glaube, wir müssen noch warten. Das ist gut. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Ark Survival Evolve. Mit dem allers beliebten Koya, der hier direkt mal der armen Danu eine Ohrlasche verteilt hat. Ja, irgendwie bin ich das gewohnt. Also meinen Zuschauern muss ich direkt mal erklären, dass das mit dem Stapel der Koya normal ist. Weil er hat wohl irgendwie die Aufnahmetaste. Oh, schöne Blutohrlasche hier. Ich geh mal hier weg. Bleib mal da, ich hau dich auch nicht. Aber ich muss mal was loswerden. Du hast dir eine Irrsinns-Wampe gebaut. Aber wie hast du es geschafft, bei dieser Wampe noch einen Sixpack drauf zu machen? Also jeder, der daheim sitzt mit Bierbauch, wird wahrscheinlich jetzt denken, Menschenskinder. Das hast du drauf gemalt, oder? Natürlich. Ich bin mal so frech und hau ab. Ich hab da nämlich Bock auf den Lut. Aber es ist ein Wunder, oder? Ein Wunder der Natur, der Helm. Ja, ja. Ein Wunder der Natur. Ja, das bekommst du nicht bei deinem Channelstellen immer. Nein, meine Charaktere sind cool. Jawohl, seiner ist auch absolut toll. Ich find immer Häuser hier drin. Seiner ist auch potthässlich. Also, aber gut. Ihr schenkt euch nix, ja. Wunderschön. Wunderschön. Darfst du dich jetzt auch wieder anziehen? Das musste ich nur mal loswerden. Jetzt will er sich, glaube ich, gar nicht mehr anziehen. Jetzt hast du ihn so gelobt. Ich möchte braun werden. Die Sonne steht so hoch am Himmel. Die ist auch irgendwie kaputt. Ja, ja. Ich hab die Waffe. Ah, ein Fleisch. Das war eine fette. Ah, ja. Gut, ja. Ist faul im Stadt Dänemark, aber egal, gut. Okay. Was ist? Ich kann mein Inventar nicht mehr öffnen. Nur noch, wenn ich mit dem Maus nach vorne scrolle. Oh, Mann. Wie, wenn du mit dem Maus nach vorne scrollst? Moment, wenn du... Ja, auf dem Scrollreise. Ich nach vorne scrolle, öffne das Inventar. Okay. Ja, ist doch ganz normal. Inventar öffnen mit I plus Mausrad. Okay. Z-Warn. Hast du bestimmt die Keybindings noch drin. Ja, auszusehen. Für die Zuschauer beim Helm, müssen wir ja mal sagen, wir haben ein bisschen was in der Zwischenzeit gezähmt, ne? Ja. Ja, genau. Guck mal hier. Die waren fleißig. Ahörnchen. Level 149. Das ist schon... Ja, ist doch ein niedlicher kleiner Trout. Ja, Speedy hat schon einen Sattel. Wie das denn? Kann man den an den 10? Den hat uns Franya... Nein, Franya mit Level 15 gemacht. Genau. Oh, das ist natürlich sehr schön. Wie kann man das Spiel ein bisschen höher? Wunderbar kann man da schon jagen gehen mit dem Tier, ne? Oder ist er noch... Jetzt weiß ich natürlich nicht, nachdem es gepatcht wurde. Wie viel hat er denn? 202 Damage. Hm, okay. Wunderbar jagen gehen, nehme ich jetzt wieder zurück. Ja, also das nicht. Aber er ist schnell. Ich weiß nicht, ob es an der Geschwindigkeit was gemacht hat. Ich bin da vorhin drauf gesessen und dachte mir, hoppla. Möchte ich mal ausprobieren. Ja, also irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das anders in Erinnerung habe. Also ich fand, der geht ab wie Zäpfchen. Ne, das hast du nur anders in Erinnerung. Ja? Ich habe gepackt. Okay. Also es ist auf jeden Fall schick. Das Tierchen gefällt mir jetzt schon. Was da? Einparken? Genau. Und der Ochsofrümpel, der hat auch ein bisschen noch was bekommen. Naja, und dann haben wir halt ein Ahörnchen. Da wird Danu dann ihr Reittier haben. Ah, Ahörnchen? Ja, jetzt hängt sie da. Hast du davon. Ja, jetzt hänge ich auf dem Ochsofrümpel. Nee, du hängst zwischen allen. Du kannst nochmal auf den Ochsofrümpel aufsteigen und rausreiten. Wir werden jetzt eh die Tiefen nehmen. Der ist jetzt vom Kopf in der Decke. Wenn ich da rauskommen würde. Ich kann nur die Healing abreißen. Nee, du kannst auch auf den Ochsofrümpel nochmal aufsteigen mit E. Jetzt bist du unten. Ja. Und auch ausparken. So. Habt ihr auch einen Sattel fürs Ahörnchen? Nee, natürlich noch nicht. Nee, der hat ja Level 20 dann, glaub ich, der Sattel. Insofern nehmen wir jetzt einfach mal unsere... Oh ja, das geht ja mit dem auch ruckzuck. Schon mal mitnehmen? Ich würde sagen, wir nehmen sie alle mit. Bis auf Hilde. Die würde ich jetzt erstmal hier lassen. Aber ja, auf Follow machen. Dann hängen wir den Helm nicht ab beim Reiten. Und dann gehen wir mal in Richtung Raptoren. Die haben sich da vorne versammelt. Sind die noch passiv? Ja, gell? Äh, ja, eine gute Frage. Machen wir mal kurz noch die Hilde auf aktiv hier. So, müssten jetzt eigentlich alle neutral sein. Ja. So. Okay. Kommen wir los. Kommen wir los, neuen Raptor. Yippie. Noch jemand Narkosebären, oder müssen wir die nicht vorher holen dann lieber? Die sollten wir schon vorher holen. Wir haben noch zwei Narkotiks und ein paar Narkosebären. Naja, dann reicht das doch für den Anfang und dann können wir dabei sammeln. Dann können wir da ausschwärmen. Während ihr den Raptor zähmt, werde ich mir eine Dodo-Armee zusammen... Oh, Mann. Dodo-Armee? Aber nur Level 100. Okay. Fallen die beiden schon mal aus? Genau. Sag mal, hier ist das jetzt 92er-Schwein. 92er-Schwein ist weg, Danu. Oder 96, oder was es war. Ja, ich hab's schon gesehen. Vielleicht ist es auf der anderen Seite. Oh, babab! Spino. Spino. Das ist bei einem Zähm-Turm. Bei unserem Zähm-Turm ist ein Spino, also... Wollten wir nicht gerade einen Spino zähmen? Ich glaube, wir wollten gerade einen Spino zähmen, ne? Mit Slingshot schon wieder. Wieder mal mit Slingshot. Ja. Dafür ist der Zähm-Turm nicht. Alter, alter, alter. Der kommt auch noch in uns. Ah, Alter. Da vorne sehen saumäßig viele Fische im Wasser, wo der ist. Das sind richtig viele Fische. Also rechts wären dann sehr große, sehr große Klippe, aber der wird ja den Weg da hoch finden. Der springt da hoch. Ne, rechts die Klippe. Achso, die? Ja, da ist es. Das ist ja Möglichkeit. Ja, aber der wird irgendwie den Weg hoch finden. Und so viele Beeren kann man gar nicht pflücken, wie der frisst. Och nö, das geht. Sicher? Ja, das geht. Der frisst keine Beeren. Ja, doch, die Narkose-Beeren halt. Achso. Der jagt die Paras. Zum Glück laufen die nicht in unsere Richtung gerade. Würdest du den versuchen? Ich würde etwas weggehen an eurer Stelle. Würde es auch lassen. Der ist zu groß. Da sind wir viel, viel zu klein. Ja, es ist so. Es ist so. Ewige Zeiten. Und ich würde nicht baden gehen mit dem Ahörnchen. Das ist ja gleich Fischfutter. Ahörnchen ist kein Fischfutter. Der hat auch Wäsche gebraucht. Wie leben hat denn das Ahörnchen? Also der ist nun wirklich kein Fischfutter mehr. Ne? Ne, aber der Helm ist gleich Fischfutter. Ich wollte nur gucken. Ne, da ist kein Hai. Ja, dann schau mal in die andere Richtung nach dem Raptor. Das ist jetzt natürlich sehr schade, dass da der Spino unterwegs ist. Ja, soweit ich mir erinnern konnte, war da bei den letzten Folgen auch ein Alpha-Raptor. Ja, weiter hinten war ein Alpha-Raptor, das stimmt. Da baut er mal lustig ein Türmchen daneben. Ja, der war, also der Alpha-Raptor wäre schon ein Alpha-Raptor gewesen. Aber das Türmchen, das war, hat für lustige Momente gesorgt, muss ich sagen. Warum hat denn den OXO keine Auffolge? Wollte ich den mitnehmen? Ja klar. Ja klar. Magst du freut sich, wenn der Kleine? Ne, ne, du hast nur deine Auffolge. Das ist das große Schwein? Du hast den Speedy. Da ist das große Schwein. Bleib doch mal stehen, ich kann nicht. Das heißt nur Level 28. Ne, das ist ein kleines Schwein. Noch ein Sattel, wir müssen uns ein Schwein züchten. Sind die denn auf passiv hier? Ne, die sind auf aktiv momentan, auf neutral. Okay. Aber ich denke mal, okay. Siehst du schon kommen? Läuft uns der erste Raptor direkt vor die Füße? Ja, dann sind sie ja mit einem Pfiff auf passiv, das ist ja kein Thema. Ja, stimmt. Kuja ist aber echt schnell beim Pferfen. Ja, ich habe das immer auf F3, also ruckzuck der Finger drauf. So, was ist das? Ist das? Das war nämlich so ein rotgeflecktes Schwein, das Dicke. Ich hätte das schon gerne. 104! Oho! 104er Schweinchen. Also ich glaube, Kuja will auf dem Schwein reiten und Helm kriegt auf den Speedy, oder wie? Ja, reite ich auch auf dem Schwein. Ich mache auch gerne Speed-Schwein. Das ist so lustig gewesen, mit einem Speed-Schwein. Speed-Schwein, ja. Aber wir haben ja einen Sattel. Es ist sehr gut, auch zur Dünner-Produktion. Ja, ja, eben. Früher oder später brauchen wir das. Wollen wir es mitnehmen? Zum Dünger-Produzieren ist der Level vollkommen egal. Ja, das schon, aber wollen wir es mitnehmen? Wenn es hier rumsteht, können wir es mitnehmen. Dann stellt mal die Dinos daneben. Dass es nicht wegkommt. So. Aber ich kann meinen Tricolt nicht wirklich steuern ohne Sattel. Ne, das ist richtig. Wir müssen es mit den... Du musst so gegen den Stein am besten. Ja, ja, das sollte gegen den Stein laufen, nur, ähm... Also, das machen sie nicht mehr lange jetzt, seitdem sie gepatcht wurden. Jetzt, siehst du, sie drehen sehr schnell ab. Sie backen sich nicht mehr so fest, wie es mal war. Reinquetschen. Und dann jetzt noch an so einem Baum. Guck mal, die läuft doch ziemlich gut. Ja, ich habe Kuja jetzt gefangen. Ja, das hast du gut gemacht. Kannst du mich wieder freilassen. Moment. Ja, so ist gut. Bleib stehen. Bleib stehen. So haben wir ihn. Absitzen? Ne, äh, absitzen wäre es nicht gewesen. Da musst du draufbleiben, sonst packen sie sich wieder raus. Wo ist er? Wo ist er? Bleib stehen. Das ist mal eine Methode hier. Also, mit dem Drabdor kriegst du sie nicht. Das musst du mit dem Parer probieren. So ist gut. Und jetzt den anderen dahinter. Zu spät. Ne, also durch wilde, also durch nicht gesattelte Dinos rennen sie durch, beziehungsweise nicht gepackt. So, ich glaube, jetzt hast du ihn. Ja, bleib drauf. Ne, er dreht ab, er dreht ab, er dreht ab. Er dreht ab. Ne, egal. Komm, dann machen wir ihn richtig. Bleiben Richtung Stein. Mal gespannt, wie die Steine der braucht. Hast du die auf Passiv? Ne, aber jetzt. Ohne rennt. Ziemlich schnell. Alter, ist das ein schnelles Vieh. Oh, der sieht gut aus. Der hängt da gut. Oh, aufs Köpfchen. Ah, ist egal. Hauptsache Treffen. So, jetzt haben wir ihn. Ah, kommt er so schnell nicht raus. Äh. Von wegen. Hast du? Wo ist er hin? Dahinter irgendwo. Ich hänge jetzt im Felsen. Ja, toll. Ich habe mich festgepackt. Und er ist weg. Felsengeld gegeben ist. Was? Felsengeld? Felsengeld, äh, Fersengeld wollte ich sagen. Und ich habe den Oxy, Oxy Frumbo ist weg. Wo ist er? Nicht erschrecken, ich habe hier gerade einen Dilo, den ich zerlege. Ach da, kommt er. Ich glaube, das wird problematisch, ein Schweinchen zu kriegen. Irgendwann hin. Muss. Wo ist es denn? Wo ist es dann? Ja, weg. Felsengeld ist etwas problematisch. Ja, dass der da über den Felsen drüber ist. Also, da haben sie echt so viel gemacht bei den Dinos. Das ist so schwer geworden. Ich meine, es wäre hier in den Wald gerannt. Ja, ich habe es auch gerade mal nicht trampeln gehört. Da geht es doch. Da ist es doch, ja. So, dann pfeifen wir es wieder zurück. Ach so. Bleiben wir es wieder zurück. Huch. Ist ja von wegen. Jetzt hängt es. Hängt gut, hängt aber, ne. Ne, hängt nicht. Oh, ich habe Hunger. Ist ein Raptor noch hinter mir? Ich muss auch gerade meinen Trike holen. Wo ist es? Es rennt, es rennt. Ich treibe es direkt ins Maul vom Spino. Ja, da sind... Ah, nicht vom Spino. Von drei Spinos meinst du? Wahrscheinlich, ja. Oh, Hilfe. Kompi. Oh. Oh, 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 oh. Help, help, help. Oh, der ist jetzt. Ja, da ist jetzt... Das sind viele 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 noch hinter euch. Drei Stück. Werde ich nicht überleben. Oxo Frümpel hat es gleich hinter sich. Ja, sieht doch böse aus. Sind jetzt alle mit? Nur noch der eine. Oh, ja. Das war Oxo Frümpel. Das war Oxo Frümpel. Ja, weint um Oxo Frümpel und der Helm. Ich muss, ich habe ein Problem. Ich meine, Raptor ist gleich auch hinüber. Renn weg. Da waren richtig viele. Unglaublich, wie viele das waren. Da waren bestimmt fünf Stück. Fünf? Das reicht nicht. Gut, jetzt lass den Trike machen. Ja, den Trike, der war nicht auf Aktiv. Im Parasau habe ich noch auf Aktiv gepfiffen, aber scheinbar war dein Trike zu weit weg. Ja, der ist ja hängen geblieben da hinten. Okay, ja, schade. Ich habe einen Raptor gefunden. Ja, scheiße, Oxo Frümpel. Also jetzt... Das ist ein Raptor. Ja, ich war doch nackt. Bin gerade gespawnt. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Hast du das schon eingesammelt von Oxo? Nee, da. Nein, noch nicht. Das heißt, jetzt such mal einen Para und einen Schwein. Nee, und einen Raptor. Ja gut, einen Para finden wir schnell. Das Problem ist... Und meine Sachen liegen auch noch da. Die habe ich schon mal. Die Sachen. Die tue ich jetzt schon mal in Trike. Nimm mich mal an. Nimm mal unbestimmte Weise die gebrauchte Picke. Ja, nimm mal alles, was da in der Hütte ist. Aber du kannst einfach... Wir kommen zu dir. Ja, falls der Raptor noch mal kommt. Welchen jetzt? Oh ja, hinter dir liegt ein Sattel. Kannst du den im Trike tun? Bin ich etwas zu schwer? Ja, ja, ich habe auch schon 96 Steine bekommen. Lass mich rein. Lass mich raus. Da kommt der Raptor schon. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bei uns an der Tür. Warte, 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 warte. Oh Hund, geh weg. Ist er bei uns an der Tür, der Raptor? Ja. Der ist bei uns direkt vor der Türe. Hoffentlich. Jetzt Hilde kämpft mit ihm, Hilde, Hilde. Oh, oh. Na, wir müssen zurück. Wo bin ich jetzt gespawnt? Jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Sweetspawn gedrückt. Ja, dann komm zurück. Boah. Was mit der Hilde? Oh Mann. Zwei gezähmt, zwei tote. Ja. Seht ihr, so läuft das am Anfang. Ja. Du bist schuld. Ich bin schuld. Ohne dich lief das so gut. Ja, ja. Alles auf den Helm schieben. Du bist der Neue, es ist ganz normal. Achtung, Koja, da ist der Raptor. Wo ist er denn da? Ja, okay, ja, den kriegen wir doch. Warte, warte, da liegt der Beutel. Ja, der hat mich hier. Moment, ich lock ihn erst mal weg. Wenn wir da Ruhe haben. Zack, 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 zack. Hopp. Wo ist er hin? Ich habe ihn weggezogen. Ich bin nett, dass er... Hängen wir lieber ab. Habt ihr meine Sachen auch mitgebracht, die da lang? Ja, die sind im Trike. Sehr gut, wunderschön. Oh, scheiße. Jetzt habe ich ihn zu einem Trike gelockt. Der wird den angreifen, Schatz, ich mal. Aha. Wo in etwa? In den Stein, in dem Steinmeer. Kein mehr, da hinten. Komm mal schnell, beeil mich. Zieh dich doch mal an, Helm. Okay, ich habe einen Trike getötet, habe aber jetzt den Raptor natürlich wieder hinter mir. Kommst du gerade zurück? Ich komme zurück. Okay, dann zieh ich dich mal gerade an. Wieso ist mein Anblick so schlimm, dass ich mich anziehen muss? Ich habe ein Problem, der killt mich. Nein. Doch, ich muss kämpfen, ich hatte keine Stamina mehr, ich kann ihn mehr abhauen. Sorry, wir müssen einen neuen suchen. Ich habe ihn jetzt getötet. Ich hatte keine Stamina mehr und konnte ihn mehr vor ihm abhauen. Aber hier nicht dann. Ah, der Blutbeutel ist leer. Also, wir müssen einen neuen suchen, sorry. Holt doch die Jahn einfach aus dem Trike. Achso, du brauchst Fiber. Ich sammle alles, was da ist. Es gibt immer Ex. Puh. Das war ja übel. Und habt ihr mitgekriegt, da wo der Spino war, sind jetzt drei Spinos. Das ist dein Ernst? Ja. Ach, das war für ihn so aus Spaß. Nein. Das war kein Spaß. Das war wirklich so. Der Zähmturm steht optimal. Ja gut, nicht mehr lange dann. Wollen wir dann hier immer weiter das Ufer entlang nach Raptoren gucken? Okay. Haben wir noch eine Mission, ne? Ja. Welche genau? Bitte? Welche genau? Nachschub besorgen. Jetzt zudem eigentlich noch ein Dilo, obwohl brauchen wir nicht, ne? Nein. Dilo und Para und noch ein Raptor. Para wäre schon nochmal praktisch. Wir stellen da einfach wieder noch so Frümpel hin. In der Matze wird's schon nicht bemerken. Stimmt. Der schaut unsere Videos nicht. Schau mal. Renne mal vor mit dem und schau mal, ob ich einen Raptor erspähe. Aber genau, ne, wo ich die Tür rauskomme, kommt er schon angehüpft und springt mir ins Gesicht. Ja, wäre das mal vorhin so gewesen, ne? Ja. Und einer von euch Level 15? Ne. Nein. Danu, aber bald. Bald, knapp. Weil hier ist ein grüner Strahlgrad unten. Der ist ab 15, ne? Ja, dann müsste Danu mal schneller leveln. Ja, fehlen mir noch 60 XP. 60 XP. Ich baue irgendwelche Hüttenteile. Ja, das dauert trotzdem. Grünstra... Oh. Bist du direkt am Strand oder bist du hoch? Ich bin am Strand. Ich hab nur grad ne riesen Meute Kompis. Ich hab grad rückwärts gelaufen. Seid ihr auch noch am Strand? Ja, da seht ihr mich ja schon. Achtung, da kommen fünf Kompis. Würde ja mithelfen, wenn ich nicht weiß, wohin ich... Hätt ich mir besser gelassen? Ne, ne, ne. Komm rüber zu meinem. Mach mal schon. Ach, den einen hab ich betäubt. Ja, die sind saumäßig schnell zu betäuben. So. Oh. Einer scheint ein bisschen größer zu sein, der eine Kompi. Ja. Jedenfalls hält der ganz schön. Hier müsste noch irgendein rumliegen, den ich betäubt hab. Ja, irgendwas greift mein Ahörnchen ja auch noch an. Ach da. 120. Hast du das gesehen, Koya? 120er Kompi. Der Kompi war leveled 120. Und wir haben nicht gezähmt. Ne, es kam leider keine Einblendung. Bei mir. Und dann war es zu weit weg. Ja. Aber ich meine, ich hätte mal kurz was aufblinken gesehen. Mit irgendwas mit 100, aber... Ja, es war leider 120. Mit dem Parasaurier könnte ich dienen. Und Entdeckung, gell? Ja, also es sieht jetzt nicht so aus, als wären hier Raptoren. Ich glaub, der einzige Raptoren-Spawn ist nach hinten, so richtig. Na. Nimm mal einen Para. Und tun so, als wären das ein Raptor. Und nennen ihn Raptor, ja? Ja. Raptor 1. Und was machst du dann, wenn der Arme eine Identitätskrise kriegt? Ein 1er. Ich bin geboren im falschen Körper. Das ist Level 12, der hier rumrennt. Na gut, der ist ein bisschen klein. Ja, also da vorne ist noch ein anderer, aber... Ich glaub, wir müssen für Raptoren in die andere Richtung. Denn wir wollen ewig laufen. Mir egal. Ja, nö, nicht unbedingt. Ja. Ins Gebüsch möchte ich auch nicht unbedingt, oder? Und wir machen hier oben einen Wald. Oh, nee, da hast du auf einmal einen Rex oder einen Kano oder sonst was. Das könnte durchaus sein. Oh, die unten sind keine Berge. Die Rexe sind ja gerne an den Berg hängen. Ja. Also Rex habe ich noch keinen gesehen auf der Nacht. Aber dafür haben wir Kanos in Massen da unten. Was vorhin Kanos... Also wir hatten die Aufnahmesession mit Franja vorhin quasi, also am selben Tag heute. Da waren da unten, was jetzt Spinos sind, waren Kanos. Aha. Ja, es war recht lustig mit den Kanos. Drei oder vier Kanos, würde ich behaupten. Mindestens. Und... Und Koya wollte unbedingt dann einen Zehmann. Ja, wäre auch schön. Und habt ihr, habt ihr... Ja, siehst du einen? Ich weiß, ich weiß, es war auch wert. Er hat seinen Hunger stehlen können, ja? Ja, der Kano war satt. Ja, gut. Aber wie weißt du, wenn es mit Kanos nicht geklappt hat, dann klappt es halt mit Spinos. Ja. Du weißt, dass wir das letzte Mal zu viert waren? Fünft? Nein, viert. Wunder mich, warum er den Beutel nicht voll macht. Den Beutel habe ich ja gar nicht mehr. Ja. Beutel, Beutel, Beutel. Okay. Es wird es auch noch dunkel. War voll erfolgreich, was wir hier gemacht haben. Ja, aber abends ist immer Respawn, ne? Ne, es ist Respawn, wenn du, wenn du die Zone verlässt. Also es ist ja so in kleine Zonen aufgeteilt. Und wenn du rausgehst und wieder reingehst, dann... Respawn, der Glimbatsch. Ich habe mir immer eingebildet, nachts für immer Respawn. Das kann natürlich sein, dass ich mich in der Hütte zurückverkrochen habe. Und dann natürlich auch die Zone verlassen habe. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, sonst müssen wir noch schnell einen Hai killen. Wieso? Das war im letzten Mal nochmal. Meine Aufgabe war. Achso, so. Naja, aber hast du welche gesehen? Äh... Die waren jetzt irgendwie nicht mehr da. Ein Hai. Also ich habe ewig keinen... Eigentlich seit der ersten Folge, wo ich gefressen wurde, habe ich keinen Hai mehr gesehen. Doch, wenn wir mit Franja aufgenommen haben, habe ich ihn gesehen. Ja, hast du einen gesehen? Ja, ja. Ey, ich schaue nicht so häufig aufs Wasser scheins. Ja, du bist irgendwie so ein Wasserverweigerer. Ja, seit ich da gefressen wurde, habe ich nicht mehr so viel Lust drauf. Aber ich schaue jetzt gerne zu, wie Helm gefressen wird. Nö, nö, so schlimm wird man ja nicht gefressen. Kampfmusik? Ist nur ein Dilo. Okay. Ja, da hinten ist was im Wasser. War ein Dilo. Ja, da ist ein Hai. Oh! Oh, der ist ein bisschen weiter weg. Das ist jetzt schlimm. Warum? Ich habe beim... Das ist wirklich... Oh, das ist echt heftig. Ich habe beim Raptor auf Melee-Damage jetzt geskillt. Einen Punkt. 2,5%. 2,5%. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oder 3% oder irgend sowas. Ne, 2,5%. Das lohnt ja überhaupt nicht dann. Nö. Lohnt fast nicht mehr. Also dann Lufenspeed und Leben. Bitte, was hast du gesagt? Ich fahre jetzt gerade... Äh, ein weißer, weißer Strahl kommt hinten runter. Ja, kann man ja gleich mal schauen, ob wir jetzt erstmal einen Raptor haben und dann... Na toll, jetzt bin ich wieder in deinem Dino. So. Was machst du dauernd in dem? Lass den Arme doch in Ruhe. So, wieder Gamma 3. Dann haben wir wieder für die Aufnahme ein bisschen bessere Sicht hier. Ohne es zu übertreiben. Trell zu werden. Also, ich schaue mal runter. Ich bin da unten und Spino wartet, bin ich ja zur Not schnell weg. Vielleicht haben die sich ja verzogen. Ich mache mal kurz den Speer. Aha. Okay. Vielleicht können wir ja auch auf die andere Seite... Auf der anderen Uferseite ist ein Raptor. Auf der anderen Uferseite? Ja. Wenn wir rüber gehen, ist... Spino ist bei uns im Turm noch immer. Aber auf der anderen Uferseite ist ein Raptor. Den kriegen wir nur nicht zum Turm gezogen. Wir haben den das letzte Mal gezähmt, indem wir den Dino zum Fraß vorgeworfen haben. Das war... Äh... Das war... Also, was heißt zum Fraß? Die... Frania hat es mit ihrem Parasaurus getankt. Das könnte ja der Trike eigentlich machen. Ja, aber ich glaube nicht, dass die die ganze Zeit im Tank stecken bleibt. Also, in ihrem... Also, die hat sich irgendwie beim Parasaurus festgebissen. Ja, aber das Problem ist, dass Frania einen Sattel gehabt hat und drauf gesessen ist. Meinst du, dann ist die Akku besser da? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn er auf Passiv dasteht. Da sind sogar zwei Raptoren, wenn ich richtig sehe. Ja, die sind aber... Die sind zu nah am... Ja, ich glaube, das ist aber... Der eine ist von hier. Also, der eine war jetzt eben hier, da wo das Schwein gerade trabt, auf der anderen Seite. Ja, die fressen da irgendwas. Da rennt auch noch was, aber das ist kein Raptor. Das ist was Kleineres. Mal gucken. Geh mal gucken. Da hinten ist ein Spino. Ja, der Spino ist direkt vorne hier. Also, der war gerade eben... Eben drei. Oha, bist du das? Ja. Tapp, tapp, tapp. Tapp, tapp, tapp. Das ist immer gefährlich. Ja, ja, ja. Kommt, was macht man da? Oh, da kommt man doch auf den Turm. Locker. Natürlich kommt man auf den Turm. Nur der Spino auch. Der wird da beim Spino nix bringen. Ja, der Spino macht noch... Aber der ist da hinten am Futter. Der war eben schon um den Turm rumgelaufen. Das geht ratzfatz. Schau, jetzt rennt nämlich ein Parer weg. Da ist 100 pro was hinterher. Ja, da hinten ist noch Skorpion. Jetzt kommt der, jetzt kommt der. Pass auf. Hup. Hab ihn doch schon. Was hast du? Den Raptor da. Raptor wo? Na, der dahinter dem Parer her ist, der da wegläuft. Was? Da drüben. Gucken. Wo ist denn der Raptor? Da kommt er. Wie hast denn den? Was? Ich sehe nichts. Ach, da ist er. Bei mir. Ja, ich würde gerne, wenn er mich nicht so schubsen würde. Nein, du musst... Lass mich in Ruhe. Er lässt mich nicht. Ich versuche irgendwie dazwischen zu kommen, aber das tut er auch nicht. Danu? Hast du den nicht gesehen? Doch, ich habe ihn gesehen, nur ich wollte ihn jetzt nehmen. Spieß mal drauf. Du musst aufpassen mit deinem. Ja, mach weiter, mach weiter. Ich passe schon auf, sonst renne ich weg. Ich gehe da weg, du Dodo. Kriegst du es? Anu, balle. Ja. Okay, jetzt so langsam muss ich... Bin gleich da. Ich muss weg. Der ist schon wieder auf mir. Ist auf dir, das ist gut. Nee, jetzt ist auf mir. Ich musste weg. Also ich hoffe, ihr schafft ihn jetzt, ansonsten nehme ich ihn gleich nochmal. Aber ich würde gerne zu dem Ding laufen. Jetzt hat er dich irgendwie immer hackt. Ja. Und jetzt frisst er den... Jetzt wird er wahrscheinlich auf den Trike gehen. Ja, geht er auch. Ja, das ist gut. Der sollte noch mal weiter auf alle drauf. Ja, ja, ich muss das noch nachschütteln holen. Wo ist das Trike? Hinten. Geh weg, du dämliche Dodo. So, der rennt weg. Ja. Wohin, mein Freund? Oh, sorry. Was ist denn jetzt? Also, ich habe die eine reingebügt. Er ist nach links. Nach hinten hängt er. Was? Wo? Ich habe ihn gesehen. Er rennt hier hoch. Der kommt gleich. Der kommt da. Hilfe von Peter. Aua, aua, aua. Ja, das ist sehr böse. Ich habe ihn. Er liegt. Ja, er liegt. Aber ich bin auch fast tot gewesen. Oh. Oh, scheiße. Nein. Was denn? Tropion. Achtung, Dano, weg. Mach mal deinen Trike drauf. Pfeif den mal auf. Warte mal, ich pfeif mal. So, ich habe neutral gepfiffen. Ja. Er hat nur Level 4, den kriegen wir. Ja, okay. So, und ich bin wieder auf dem Rückweg. So. Ich müsste random spawnen. Und alle respawns im Bett aufbauen. Ah, das war hart. Hast du Fleisch da, nur zufällig? Ansonsten sammeln wir erstmal, bevor wir mal ihm geben. Nur 6. Ne, ich habe selbst nochmal 6. Ne, habe ich nicht. Okay, dann tun wir Fleisch rein, ja? Reicht das? Ah, du hast ja massig. Genau. Dann brauchen wir noch ein paar Narko-Berries. Die hat vielleicht das Ahörnchen noch. Boah, das war, puh, was so ein Raptor anrichtet, gell? Ja. Sie sind richtig, richtig übel. Ja, vor allem am Anfang, ne? Ohne Rüstung und alles. Da bist du schnell, Kanonenfutter, der... Wenn du, dann schubst du dich jedes Mal. Und ich war nicht in der Lage, auf dieses Brett da hochzukommen. Ne, das kannst du vergessen, wenn du nicht von vornherein drauf bist. Aber der findet ja auch den Weg da hoch. Also die Idee hinter dem Turm ist, dass man hoch ist, dort oben anfängt draufzuballern, aber hinter sich die Rampe abreißt. Weil sonst kommen die Dinos ja hoch. Okay. Oh. So die Idee. Brauchst du die Idee? So richtig, ne. Greif mal auf Unfollower, oder? Dass der, dass der lieber beim... Beim Raptor steht. So. Beim jetzt auch. Also, ich hab den weißen Strahl hinten gelootet. Da bin ich nämlich respawned. Da ist ein Bauplan drin gewesen. Der bleibt hängen, ja. Für ein Bett. Hab ich jetzt mitgenommen, in die Kiste gesteckt. Richtig um. Ich bin hinter dir. So. Sorry, haben wir jetzt gerade nicht zugehört. Was hast du gefunden für einen Bauplan? Einen Bauplan gefunden fürs Bett. Fürs Bett? Ja, super. Aber gut, das ist gar nicht mal so verkehrt. Wir haben es ja nicht gelernt. Genau. Deswegen hab ich ihn direkt mitgebracht. Hol den Trike stelle ich mal ein bisschen weiter weg. Falls der verteidigen muss, dass er nicht gleich einen Raptor mit... Ja, ja. Übrigens. Das ist eine Originalfolge. Ja, das sehe ich schon. Und das nachts auch noch. Aber ich würde sagen, mit diesem Original und dem Nebel verabschieden wir uns mal von dieser Folge, oder? Okay, ja, können wir machen. Können wir machen, ja. Können wir mal tun. Und dann, der Helm steht hier wieder nackt vor mir. Ein Träumchen. Ich bin gerade gespawnt. Die Tonne. Die Tonne mit Waschbrettbauch. Ja. Das ist perfekt. Wir machen dann im Offscreen ein bisschen weiter. Schauen, dass wir den Raptor noch gezähmt bekommen. Übrigens, deine Ausrüstung ist immer noch im Trike-Helm. Ich sammle gerade die Ausrüstung von dem Helm, der hier liegt. Von Helm Version 2, ja. Ja. Gibt es mehrere an. Das ist komisch. Mehrere Tönnchen. Ah, sehr gut, sehr, sehr gut. Hier komme ich angeschlichen. Ich sehe. Kraftlos. Also. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Über ein Däubchen nach oben freuen wir uns immer, wenn es euch denn gefallen hat. Und ich sage dann einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Haben Sie jede. Tschüss.